Was sagt Wind? Wind ist volles Funk da. Ich versuche jetzt mal eben zu beobachten, wie der Saft runter geht. Ob diese 12.500 die Nacht durchhalten oder nicht halten. Hallo, Rendler! Danke. Okay, Nahrungsmittel stehen. Das ist halt die Uhrzeit. Mitternacht. So, helft Energie weg. 3 Uhr nachts. Und er soll ja den Speicher nicht füllen. Er soll ja nur ein bisschen die Kosten auffangen. Was er gerade überhaupt nicht tut, aber egal. 3.000. Da kommt die Sonne langsam wieder raus. Extrem knapp, muss ich sagen. Wirklich extrem knapp. Was sagt die Wolkendecke? Die ist okay. Jetzt fangen wir es auf. Ja, wir brauchen Energiespeicher. Wie viel kostet ein großer 4? 4 Eisen. Wir haben 0. Ganze 0. Ich bin irgendwie nicht begeistert. Man könnte 2 ersetzen. Aber gerade von denen würde ich ungern was Kleines setzen. Also 5 Eisen brauchen wir, um das Ding zu bauen und anzuschließen. Ich muss sagen, ich hätte glaube ich ganz gerne hier noch eine zweite Fertigungsanlage dafür, damit 2 Arbeiter dran arbeiten können. Gammelt ihr eigentlich rum? Ja, tatsächlich. Mist. Aber da haben wir noch Zeit. Da haben wir noch Zeit. Ja, das sieht nicht gut aus, ne? Wir haben Tag, also wir haben gleich schon wieder Nacht und der Energiespeicher leert sich jetzt schon. Katastrophal, sage ich da mal. Katastrophal. Ja, das mit der Wolkendecke ist echt Bock, Mist. Schalte ich mal ab. Bei denen habe ich ja gelernt, ihr müsst an sein. Weil es uns das Essen verrottet. Aber der Rest ist erstmal aus und hoffentlich hält das die Nacht durch. Ich glaube, die Windturbide hat sogar ein bisschen Strom reingebracht. Finde ich cool. Ja, Energiespeicher ist niedrig. Und jetzt flutscht es wieder raus. Ne. Hab falsch geguckt und flutscht wieder rein oder raus. Wind ist auch da. Ja. Energiespeicher. Und dann ein Windkraftwerk oder ein Solarpanier. Also rein von der Stromerzeugung her ist ein Solarpanier natürlich besser. Aber die Wolkendecke, hm. Können ja auch tausend Stück davon stehen haben. Wenn die Wolkendecke voll da ist, dann bringt uns gar nichts los, ne? Ach so. Ach so. Aber was? Wasser ist doch an. Ach so, weil das Ding aus ist, ne? Deswegen habt ihr keinen Zugang zu Wasser. Ich war hier gerade ein bisschen schockiert, weil ich überall die Wassertropfen sehe. Ähm. Prost, sag ich da mal. Trink mal eine Runde was. So, füllt sich. Was sagt die Wolkendecke? Die zieht gerade wieder voll zu. Ja, du musst da hinten schon auf dem Boden sitzen. Und du pennst da auf dem Boden. Ach so, weil das Ding nicht an ist. Mhm. Und wir können es nicht anschalten, weil der Energiespeicher sich einfach nicht füllt. Ach, das ist doch. Das ist doch. Also mal ehrlich, das ist doch. Ja, Wolkendecke ist komplett zugezogen. Aber er produziert etwa Strom, ne? 27 kW. Trotz 100% war er also 99 jetzt. Hatte ich das nicht so in Erinnerung, dass es komplett ausfällt? Also wenn die Wolkendecke komplett zu ist, dann ist es dann gar kein Strom da. Oh. Oh, 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 oh. Nein. Ja, vielleicht. Ja. Hier kriegt wieder alle Saft. Guck mal nach. Wirklich, er ist ein Angesammelt. Hat sich jetzt nicht. Aber naja. Ähm. Ersatzteile immer noch drei. Hier braucht noch nicht wirklich was. Ein Eisen, ne? Ein Eisen. Was ist mit dem Ding? Ich schalte hier mal Zwangsarbeit an. Dum, dum, dum. Auf hier in die Nacht. Du liegst mit Beinbruch hier auf dem Flur. Och, armes Kärchen. Kann dir nicht jemand hier in eine Krankenstation schleppen? Haben wir überhaupt noch? Ja, drei Stück haben wir noch. Dreimal können wir ihn kaputt noch heile machen. So, Stärke sammelt sich an wie Blut. Ich würde, ich möchte, ich habe, ich werde das meiste Ding jetzt weghauen. Ich will gerade auf die nächste Ernte warte ich noch und dann haue ich es weg. Ach, das ist ein Weizenfeld. Da ist ein Maisfeld. Gut, da warte ich doch nicht mehr drauf. Danke. Tschüss. Ähm, da kommt jetzt ein Heilpflanzen-Heil-Ding hin. Damit wir schon mal ein paar davon herstellen. Und dann kommt ein Laboe. Ja, das Problem ist aber, wir müssen erstmal die Energieversorgung hinkriegen, ne? So, Füllüff haben wir. Das freut mich natürlich sehr. Muss ich ja womit leben, dass das jetzt erstmal außerhalb des Bereichs ist. Ist halt Riscord. Hey, Saft. Danke. Hey. Sollte eigentlich erstmal hochgehen? Das Spiel hasst mich so sehr. Aber ich hasse es mit dem Bronzen zurück, ey. Schon wieder. Jetzt kam auch Saft dazu. Habe ich vielleicht früher einfach nicht gesehen, oder? So, 20 Leute versorgt, so 22% Sauerstoff. Da, 21 nur noch da. Das geht aber. Das geht aber. Hände her. Ersatzteil. 45%. Wir könnten Stärke rauskloppen, ne? Mal so zwei Ersatzteile dazukaufen. Mist. Machen wir mal. Weil ich denke, das wird noch eine Weile dauern, bis das hier arbeitet. Und vor allem, es schluckt ja auch unser Eisen. Ah, da stecken schon zwei Ersatzteile drin. Oha. Oh, oh, hauaha. Sag ich da mal. Hätte ich nicht mit gerechnet. Das heißt, wir haben ja schon so viele, also alle wieder aufgebraucht. Die wir hier hatten, fünf Stück waren das, glaube ich, ne? So, füllt sich das große Solarpaneel. Was kostete das denn? Nochmal sieben. Sieben. Dim, 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 dim. Ich könnte auch hier hingehen. Und dann hier, äh, äh, Dingsi. Dingsi, Dingsi. Mir fällt es echt nicht ein. Ich weiß es nicht. Blitzableiter. So, jetzt haben wir es. So, der Kleine, der müsste aber hier zwischen. Tada. Aber das Landefeld ist ja auch schon nicht drin. Der Große könnte da hingehen. Würde hier nur nicht hinpassen. Ja, muss ja komplett drin sein, oder nicht? Ja, und wenn ich ihn hier jetzt hinsetze, habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, ob das Solarpaneel da hinpasst. Ich mache es trotzdem. Das sind ja auch schon wieder drei Eisen, die jetzt hier verschwinden. Hier wandelt gut um. Hier mache ich die Zwangsarbeit mal wieder weg, damit die auch wieder zwischendurch in die Mine gehen. Es bleibt dabei, ich brauche unbedingt ein Labor. Kein Endstück ausgezeichnet. Und es passt da hin. Es passt da hin. Yeah. Das Volk jubelt. Ich kann hier mit dem Tunnel weitergehen. Gut, was kostet das jetzt? Ein, ne? Eins, zwei Metall, drei, vier... Ach, die sind schon weg. Zwei Metall haben wir liegen, und die brauchen wir dafür. Man sieht hier schon, ne? Der Weg ist schon nicht kurz. Liegt es noch hier rum, ja. Ich hoffe, das Ding wird als erstes genommen. Und schon wieder in den G-Speicher-Problem. Nein! Was sagt die Nacht? Ja, wäre schön, wenn es so eine programmierbare Version davon gäbe, dass man einstellen kann, welche Dinger hier abgeschaltet werden und welche nicht. Sodass ich die drei zum Beispiel immer am Laufen haben kann, selbst wenn ich das komplette Grid abschalte. Wir produzieren mehr Strom, als wir benötigen, weil... Ach so, ja, weil abgeschaltet ist. Haha. Wollte mich gerade schon wieder freuen. So, du stehst. Ähm... Ach so, doch, ist ja richtig. Wir machen jetzt erstmal eine laborige Station. Damit der Arzt zwischendurch mal das eine oder andere Heilkraut verarbeiten kann. Dum, 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 dum. Oh. Nein. Nein, nein, ja, vielleicht. So. Alles wieder an. Wolkendecke ist in Ordnung. Ich messe schon mal das Solarpanel aus, dass da höchstwahrscheinlich nicht hinpasst. Ich meine, kleines... Hey, aber ich komme hier doch eigentlich durch, oder nicht? Sieben Eisen ist ganz schön ouchy, ne? Ich will nicht, ich glaube, wir haben zwei Eisen und ein Erz. Hm. Warten wir nochmal eine Runde. Ja, und da sind die Arzneimittel auch komplett aufgebraucht. Das heißt, die nächsten Knochenbrüche können nicht behandelt werden. So, du hast schon alles, was du benötigst. Okay, Doktor kommt hoffentlich gleich. Ja, schön brav abwechselnd da drin. Die Arbeiter beschäftigen sich mit irgendwas. Das ist auch gut. Da. Da. Also, die beiden sind momentan ungeschützt. Gut, aber der Energievorrat reicht jetzt erst mal. Wir müssen nur zusehen, dass wir ihn besser füllen können. Also, aktuell... Es haut ja einigermaßen hin, muss ich ja zugeben. Es läuft ja diesmal ein bisschen besser. Ja, leg dich schon mal ins Bettchen. Okay, Doktor mixt hier schon mal. So, Frau Doktor, Entschuldigung. Ja, hatte ich ja schon mal erwähnt. Also, wenn wir hier so eine größere Basis haben und überall Blitz ableitet, dann ist ja auch die Einschlagshäufigkeit höher, glaube ich. Und dann kommen wir auch mit dem Strom in der Hinsicht etwas besser klar. Da haben wir auch schon eine von den neuen Blaupausen. Naja, 200 Kredite. Mhm. Können wir uns nicht leisten. Wir hängen auch mit den Nahrungsmitteln echt schlecht dran wieder. Das geht zwar. Ihr meldet schon, dass die Vorräte gering sind, aber es geht noch. Brauchte ich. Wir könnten natürlich jetzt auch hier noch ein Retortenfleisch-Dingsbums hinsetzen. Reis und Retortenfleisch, Weizen und Retortenfleisch. Weizen haben wir ja im Überfluss. Glaube ich. 4 zu 3. Ja, also wir müssten einen leichten Überschuss haben. Ne, war nur 2, 4, 6, 8 zu 9. Ne, wir haben einen Pilzüberschuss. Nein, was habe ich getan? Ich habe ja total falsch gerechnet. Ups. Da kommen jetzt 2 Gemüse und 1 Stärke raus. Na gut, wird schon ändern. So irgendwie.